Heute geht es um ein neues Raspi Gehäuse und das möchte ich gerne, möchten wir gerne umbauen und das macht ganz so macht mein Sohn und da möchten wir euch gerne mitnehmen und alles weitere gleich nach dem Intro Hallo und herzlich willkommen und schön dass ihr eingeteckt habt. Ja, GameStrike ist wieder am Start mit, ja so ein bisschen schuften und zwar geht es dann darum das Raspi Gehäuse hat ja im ersten Teil ein bisschen was gelitten und da haben wir uns jetzt ein neues mitgebracht. Das möchte ich mit euch, möchten wir heute mit euch zusammen auspacken und was musst du machen? Umbauen. Ja genau, also Kind baut um, damit das dann nachher anständig ist. Hatten wir euch ja schon bereits gezeigt und wollen uns mal das neue angucken. Und dann wollen wir auch heute nicht so viel quatschen, wie gesagt schön dass ihr dabei seid. Wenn ihr Lust habt, kommt mit und schaut euch das ganze Spektakel doch mal an und alles weitere seht ihr gleich beim Atmecheck. Ja, Daki steht heute mal hinter der Kamera und Sohn erklärt, macht euch jetzt mal ein kleines Unboxing für euch. Dann ab geht's. Action. Jetzt gucken wir uns erst mal an, was hier drin ist. Hier ist ein Schalter, wenn die Klasse drin ist, also Lüfter für den Raspberry. Dann ist hier das Main-Teil, also das Gehäuse drin. Ja natürlich jetzt mit Folie, die kann man abziehen. Zeig mal richtig von beiden Seiten. Warte, so jetzt zeig mal richtig. Kiefer? Ja, machen wir gleich nochmal auf den Tisch. Dann sind hier die drei Kühlkörper. Kühlkörper, ja. Die habe ich alle schon, also die können weg. Gut, dann lassen wir die Schutzfolie erst mal drauf und du schreibst, ist noch eine Bedienungsanleitung dabei? Ja hier ist noch eine Bedienungsanleitung dabei. Gut, dann schwenken wir mal kurz. Gibst du mir mal, ich schwenke mal kurz. So, dann findet ihr hier noch eine kleine Bedienungsanleitung, wo dann die einzelnen Kühlkörper hinkommen, ne, da, aufs Mainboard sowieso, wo hier, wie der Kühler nochmal angeschlossen, plus, minus und wie das Ganze dann hier nochmal zusammengebaut wird. Hier ist auch nochmal, auch nochmal das Layout zu sehen, ne, wo man was jetzt hinsteckt. Eigentlich schon relativ b-technisch gut erklärt. Ist zwar in Englisch, aber das sollte eigentlich jeder hinbekommen. Auf der anderen Seite sehen wir dann nochmal die einzelnen Schritte. Eins fangen wir an, die Schutzfolie abzuziehen, dann die einzelnen hier rüber zu legen, das Gehäuse einzulegen, dann nochmal einen, nochmal einen, nochmal einen, nochmal einen drauflegen, bis wir dann alle zusammen haben. Dann kommt die, äh, der Deckel oben drauf, ne, der wird dann auch verschraubt. Das sind hier auch jeweils immer die Schrauben dazu angezeigt, was ihr daneben müsst. Und halt zum Schluss halt den Lüfter enjoy jetzt. Ne, das heißt also, auch der Lüfter, wie ich das hier richtig sehe, wird, äh, von innen drinnen verschraubt. Ne, der ist oben drauf geschraubt. Gut, und das, äh, machen wir jetzt erstmal. Das heißt, wir ziehen jetzt erstmal, der große zieht jetzt erstmal die Schutzfolie ab und dann mach ich für euch mal eine kleine Unterbreche. So, dann schrauben wir erstmal hier die Schrauben los. Ne, da unten ist noch so. Ne, da unten ist noch eine Mutter dran. Jetzt sieht noch Plastikschrauben aus, ja. Das sind keine Metallschrauben, das sind nur Plastikschrauben, die mit Rechnung ausgleichen. Grundschau. Ja, gut, ja. Schau mal, das sieht ja aber ein bisschen stabiler als das andere Gehäuse aus, auf jeden Fall. Ja, dann wird das jetzt Raspi-2, äh, ne, Teil. Kommt ja nochmal irgendwann das Flashen. Wie man das macht. So, jetzt vorsichtig auseinandernehmen. Ich versuche, so möglichst wenig Leier auseinander, um sie durcheinander zu bringen. So, jetzt sollen wir hier die Schutzfolie abmachen, also die Papierfolie. Na, soll der Papa, ich habe deine Fehlernähle durch. Ja, dann soll der Papa machen. Normalerweise macht man mit dem, hier, keine Empfehlung, aber mit so einem Link ein bisschen abschrauben und dann kann man das... Ich habe es gleich. Ah, ja. Warte. Damit kann ich auch was sagen. Na, ist nicht mal immer so einfach, aber... Dein Vater hat ja schon Erfahrung mit. So, dann schnappst du dir das jetzt erstmal zur Seite da. Die Schrauben soll man, also wenn ich hier den Lüfter, den soll man doch inmachen, also nicht, dass der Dagi euch das vielleicht erzählt, das ist von ihm bei der Konsistenz. So, dann auf ihn. Ja, auf ihn. Okay, ähm, jetzt brauche ich erstmal, wo ist denn der Lüfter, äh, hier, da ist er. Den nehmen wir uns erstmal und schrauben den von einer Seite rein. Wir wollen euch eigentlich damit zeigen, dass das eigentlich jeder, also wenn mein Sohn das schafft, der ist auch tatsächlich sehr versiert, würde ich mal so sagen, dann sollte das jeder auch alleine hinbekommen. Das ist halt der Sinn und Zweck dieser ganzen Übung. Ich brauche jetzt mir lieber das Gehäuse ohne Deckel zusammen, das ist, glaube ich, sicher. Nachher mache ich auf der falschen Seite. Das kann bei dem sehr schnell passieren, bei den alten Gehäuse. Das läuft so rum. Das kann hier für alte. Ja, ist so ein bisschen monopulier. Ich muss mal gucken. Ich muss gleich groß. Ja, damit kann ich mir wieder. So rumwirte. Ja, aber so rum. Ah. Das. Ja, ist so ein bisschen Monopoly, ne? Monopoly ist halt schon so ein bisschen Puzzle-Kram. Da habe ich mich noch ein vieler gebaut, die ist nicht ganz so einfach hier, den Publik zu behalten. Die sind Lego-Baukasten sozusagen. Guck mal, ich schau nochmal genau hin. Ja, ich habe da schon hingeguckt. Guck uns da rauf. Na ja, da kommt der USB rein. Ja, das sieht gut aus. Ja, das sieht schon besser aus. Dann kommt das Teil. Schon offener, ne? Ein bisschen offener. Ja. In welche Richtung? Da wo der ist. Ja, ich muss ja den USB freilassen. Hm. Ich muss mal gucken. Es geht dann in die Orientierung. Das ist definitiv... Ich muss die Bauer nicht mehr sein. Nein, das ist nicht gut. Der kommt darauf, den kleinen Verstehen? Ne, guck doch mal hier In der Mitte sieht es besser aus, ne? Na, guck mal, der ist so Wie hast du den drauf gesetzt? So, dann kannst du dich da orientieren Wenn der so drauf sitzt Der Winkel schaut nach da Dann muss das Ding Eigentlich so schauen Das passt hier nicht So, wir mussten jetzt eben auch nochmal genau schauen Ist ein bisschen fieselig Aber leg ihn mal an Das gehört so Ja, über den Anschluss hier nochmal und hier nochmal rüber Also, das war jetzt hier die Kamera Und das ist das Display Jetzt hast du, haben wir das erledigt Jetzt nehmen wir den Nummer 6 Das muss der sein Ja Der bleibt da raus Das ist dann schon ein bisschen einfacher So, jetzt hast du 6 verbaut Jetzt sollst du 7 nehmen Das sind diese Teile, die da oben Dann musst du aber Hast du jetzt gemerkt, ob oben und unten ist? Ich habe eigentlich nicht umgedreht Also, es sollte das sein Jetzt wird es schon einfacher So Ja, die lege ich jetzt als Einleger mal oben drauf Zack So, jetzt ist die Frage So rum gehört der Dann muss ich unten die Lüfte reinmachen Ja, dann tu das jetzt Vorsichtig, du verballerst die gerade Ich pack das dann vorne an Da muss ich schon ein bisschen Gewalt anwenden Weil an den kommst du so doof ran Genau Strecke erstmal eine von unten Setz die andere an, genau Und dreh eine oben drauf Dann machst du gegenüberliegend genau das gleiche Und guckst mal, ob das überhaupt passt Vom Layout Der Lüfte ja nicht doch nachher oben drauf gesetzt werden Das Lass ich schon Hey, das passt Passt Gut, dann kannst du jetzt erstmal hier Gegenüberliegen festmachen Das macht er dann immer so Ja, du musst schon auf Dreh und Tisch arbeiten Kann das mal Kann man das nicht sehen Ich springe mal ein bisschen weiter zurück So Und was ist dann wichtig, bevor du zumachst? Ähm Verkabeln Ja Das Verkabeln muss ich auch später machen Ich schleife das Nee, du musst jetzt erst verkabeln Dann kannst du den Deckel drauflegen Das heißt, wenn du jetzt Ich kann nicht vorher verkabeln Ich muss das vorher so legen Dann kann ich erst verkabeln Ja Nee, du bist ja schon drin Darf ich? Du bist doch schon drin Ich bin auch nicht mal fertig Ja, du bist aber schon drin Also musst du jetzt gleich verkabeln Dann kommst du nachher nicht mehr dran Da komm ich nachher dran Mach's ja einfach Hör auf, dann als Techniker warte So, jetzt legte das hin und verkabel's jetzt Ich mach's erst, wenn's zu ist, weil Dann fliegt mir das nicht auseinander Das fehlt dir nicht auseinander Wenn du jetzt die Kabel Lass mich mal bitte Wenn du jetzt die Kabel nimmst Dann schlägst du die jetzt rein Dann brauchst du nur noch zu machen Ach, so mal ist das gemein Ja Hör auf den Meister Ich muss nochmal hier auf den GPR kommen Am besten, das hatten wir hier schnell gemacht Sagen sie doch gleich, was Plus und Minus ist Rot war Plus Ich kann's natürlich auch auf den 3,3V legen, aber Dann lässt man die drauf Dann muss man nochmal drücken Das sieht so aus, als wenn das So ist er jetzt Dann machen wir auch gleich nochmal einen Testlauf Mach's die Situation hier dabei Ich steck nochmal eine durch Jetzt kannst du unten und ganz erstmal fest schrauben Also wie ihr gesehen habt, es dauert nicht lange Aber es ist ein bisschen Fremel-Kram, ne Wenn man dann rausgekriegt hat, wie man es zusammenlegt Und richtig geguckt hat Ist das halt Lego-Baustein So, war das jetzt besser mit dem Kabel? Als wenn du es dann jetzt durchs Loch friemeln musst? Man kann's halt so machen, wenn man möchte Du kannst nicht sagen, Papa hat recht, ne Ich sage, ich hab recht Weil es ist einfacher Kannst du ja nämlich hinterher eine Bezettung Aber wieso muss ich hier nicht ein kleines nochmal extra Loch reinmachen Dafür verstehe ich nicht Das ist das Layout des Gehäuses Die werden schon so Die werden schon so Ist super Gehäuse Besser als das andere Finde ich So, mein Sohn, sie schraubt erstmal zusammen In der Zeit Und ich, wir machen mal einen kleinen Cut für euch Wir sehen uns dann gleich wieder beim Probelauf So, gucken wir mal So, jetzt lassen wir mal Test laufen Lüfter springt an Moni hast du dran? Ja Hast du den eingeschaltet? Der ist ein Genau, der ist noch gar nicht an Der Mutvorgang braucht bei USB immer nichts Und wir machen mal kurz den Cut Nein, der kommt Da kommt das Erste Ich schränke mal hoch So, Patent tot Kiste läuft Das funktioniert Ja, das funktioniert auch alles Wie können wir jetzt in die Einstellung gehen Zum Beispiel der Wasp mit Vollkopf-Federation Ja, das wollen wir ja jetzt nicht alles Das hatten wir ja jetzt schon mal im letzten Mal Gut, das war's jetzt erstmal an dieser Stelle mit diesem kleinen Gehäusevorstellung und Zusammenbau Und dann sehen wir uns gleich wieder in der Chefetage So, dann sind wir zurück von unserem kleinen Zusammenbau Wie man sieht, der Raspberry läuft Na Kann auch wieder Sachen machen Ja Kann auch wieder in den Internet gehen Wenn wir jetzt hier was hätten Entschulde ich den lauten Ja, schreibt es in die Kommentare Was ihr davon haltet Ob ihr sowas machen würdet Oder so Also ich finde das Gehäuse tut besser als das alte Was sagst du dazu? Ja, es sieht auch schöner aus Nur mal in diesem Einen Nachhinein hat es Zum alten Ich habe jetzt keinen Nachfragen Wo es funktioniert Weil auf dem anderen hätte ich mir einen Adapter bauen können Also einen kleinen Schraub noch so normal Und da hätte ich mir dann ein paar Wegen noch drauf behandeln können Ja, gut Aber hier Preis-Leistungs-Verhältnis finde ich Schlimmer Ich glaube 10,90 Euro Was ich so in dem Dreh war War also nicht so teuer Müsste ich jetzt nachgucken Aber packe ich euch auf jeden Fall In die Videobeschaltung Die ist leicht schwarz an Und was ihr sieht Finde ich auch klasse Und als Lego-Bausatz Vergesstung gerne baut Ist das genau das Richtige Ja Das Also hier kann man von mir aus Ich sag Daumen hoch Was sagst du? Daumen? Nee Zwischen Mittel und Nee, Mittel gibt es nicht Zwei? Gibt es da noch eine Zwei? Ja, Zwei Gut Also Ja Mir würde es reichen Aber das ist wieder Wie ihr seht So im Auge des Betrachters Eine so Ja Aber das ist immer Das was wir damit machen Ich packe euch das ganze wieder Oder wir packen euch das wieder In die Videobeschreibung Könnt ihr euch das nochmal toll angucken Da nochmal genau auf Amazon angucken Ähm Herstellerseite habe ich leider nicht gefunden dafür Ja Und ich hoffe das Video hat euch Spaß gemacht Und was sollen sie machen wenn es ihnen Spaß gemacht hat Den Daumen nach oben drücken Das wäre schön Und ähm Liebe Abonnenten Vergesst nicht die Glocke einzuschalten Ne Weil wir werden uns jetzt hier oben verabschieden Wir checken jetzt aus Nächstes Video ist am Start Ihr müsst das jetzt auch machen Bevor wir überübeln Ich hoffe es hat euch Spaß gemacht Und wir sehen uns wieder Hoffe ich doch Na und äh Und äh Wir sehen uns hoffentlich wieder zum nächsten Haltercheck Mal 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 Bis zum nächsten Mal.